dann machen wir jetzt noch ganz schnell tata geschichten letzte vorbereitung die gehen ja in der regel relativ fix letztens haben wir glaube ich unter einer minute gebraucht für die quest also viel war da auf jeden fall nicht zu erledigen sollte schon mit dem teufel zugehen dass jetzt irgendwie eine halbe stunde draus wird was tun wir kloppen ja mal kein problem holzbretter aus der nähe holen was wir schraten das in fatui so ich bin nicht alte notizen okay also die beiden sind da oben die frage ist wie komme ich da hoch ja ich habe gedacht damit aber anscheinend nicht die sind da oben eins nach dem anderen leute ich bin so ein schlechter spieler glück gehabt leute ok also nummer eins da sprung von oben drauf das sollte man hinbekommen soweit zu fliegen ok ja ja Das ist gut. Wir sind nämlich jetzt auch Handwerksmeister. Die fliegen einfach weg. Was wollen sie machen? Hinterher springen, fertig, der ist leicht paranoid der Typ. Okay, Tartara Geschichten, letzte Vorbereitung auch abgeschlossen Leute, dann würde ich sagen, danke für den Stream, danke fürs mitmachen und wir sehen uns im nächsten Stream, morgen früh auf jeden Fall, hau da rein und hab einen schönen Montag, bye bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.